Der richtige Sitz der Bekleidung gibt deinem Hund ein hohes Maß an Komfort und Bewegungsfreiheit. Hierfür benötigst du den Brustumfang sowie die Rückenlänge deines Hundes. Wichtig ist, dass du mit einem flexiblen Maßband vermisst. Den Brustumfang misst du hinter den Vorderläufen an der breitesten Stelle des Brustkorbes. Anhand des Brustumfangs kannst du sehen, ob dein Hund eine Normal, Mops & Co. oder Dackelgröße benötigt. Die Rückenlänge ermittelst du mit dem Maßband von den Schulterblättern bis zum Rutenansatz. Für ein genaues Messergebnis sollte dein Hund gerade stehen. Die Bekleidung muss lang genug sein, um den Rücken optimal vor Kälte oder Nässe zu schützen. Dach aber die Rute nicht bedecken oder den Hund in der Bewegungsfreiheit behindern.